Willkommen zurück zu Limbo Part 3. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben. Können wir eigentlich? Nein, können wir nicht. Okay. War ein Versuch wert, an diese Rinne ranzuspringen. Aber, naja... Passiert. So, ich würde gerne erstmal nach links... Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Nein, da ist nichts. Okay. So... Weiter, komm. Ich habe verschiedene Namen bekommen, wie ich denn die Spielfigur nennen kann. Ich sagte ja selbst Timmer, also Timmy. Dann habe ich noch Hendrik bekommen. Und Giovanni. Aber, ich glaube, ich nenne ihn einfach Zwerg. Einfach nur Zwerg. Komm, Zwerg. So, oder Knirps. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, hat mich die Röhre genutzt. So, und erstmal duschen. Duschen, 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 duschen. Moment, Foxy. Nein, du darfst nicht duschen. Du bist Gamer. Hilfe. Äh, Hilfe. Ich nehme an, ich will nicht da drauf treten, während es leuchtet. Oh mein Gott. Moment. Du gehst aber auch nach unten. Komm' ich da rüber? Äh, äh. Nö. Okay. Dann müssen wir versuchen, dieses Haar abzupassen. Das wird nichts. Mit Anlauf. Und jumpen. Und jumpen. Und jumpen. Und wow, 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 wow. Wow, wow. Alter Schwede. Erschreckt mich doch nicht so. So, äh. Das E ist jetzt dauerhaft online, aber jetzt ist hier unten ein Seil erschienen. Ich füge gerne mal vorsichtig hier runter. So. Jetzt kommen wir hier rüber. Und da ist ein Schalter. Und ich nehme mal an. Genau. Oh, sehr schön. Jetzt sind noch die ekelhaften, lauten Geräusche weg. Ah. Und im zweiten Part habe ich auch gelesen in den Kommentaren, die Oguri, blub, die findet immer meine Effekte so toll. Wosa. So. Wir machen aber hier jetzt erstmal weiter. Hotel. Und vielleicht ergibt es sich, dass man hier noch ein paar weitere Effekte einfügt von mir. Aber das werde ich dann kurzfristig entscheiden. So. Wow. Was ist das? Ist das eine Glaskuppel? Ja, das ist eine Glaskuppel. Das ist eine Glaskuppel. Und da bricht sie nochmal. Was haben wir denn hier? Gewehr auf. Wir können aus höherer Höhe also drauf springen anscheinend, hm? Aber. Ich will da unten rein irgendwie, aber. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier ist ein Wagen mit einer Leiter. Ist da oben was? Nö. Dann würde ich mal sagen, ich ziehe mir den Wagen einfach mal hier hin. Hier rollt er ja von selbst. Oh, guck mal da. Ach, verdammt. Bin drauf hier treten. So. Und. Jetzt. Ah. Sehr schön. Okay. Geh aus. Geh aus. Geh aus. Können wir die auch zum Schwingen bringen? Nicht viel. Wow. Das sah ganz krass nach Beinbruch aus. Okay. Dann wissen wir ja... Dann wissen wir ja, was wir jetzt zu tun haben. Hey. Nicht zurückrollen. Nein. Oh, doof. Doof. Ja, jetzt braucht er wieder mehr Schwung. Ich finde die Spielephysik einfach nur genial. Also. Echt. Die haben ja an jedes kleine Detail gedacht. So. Und diesmal will ich mich beeilen. Ähm. Okay. Was gibt's denn hier links? Wer lässt denn sowas auch hier rumstehen? Ist das eine Rakete? Nee, das ist... Ah, das ist der Pfeil. Und da ist ein Seil. Irgendwie will ich da hin, ne? Ist... Hm. Kommen wir nochmal zurück nach oben? Eventuell? Vielleicht? Möglicherweise? Mit... Ach, nö. Brainwarms. Und der geht erst nach links? Wieso? Gott sei Dank ist dieses Regal weg. Oh, Leute. Gott sei Dank ist dieses Regal weg, weil... Das hätte uns jetzt, glaube ich, getötet. Ja, komm. Lauf mal schneller. Zwerg. Es brennt. Brennen, brainwarm. Brennen. So. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Ein bisschen... Was ist das denn? Ich will da ran. Ich will da ran. Ich will da ran. Okay. Dann nicht. Ähm. Der bringt uns gleich irgendwie in den Tod. Ich seh's kommen. Hallo? Geht er mit Wasser auch weg? Nö. Äh. Hm. Da unten ist eine Kiste. An die ich jetzt nicht rankomme. Das scheint sowas wie ein Aufzug zu sein. Aha. Einfach mal weiter. Einfach mal weiter. Wow. Wow. Sag mal. Wann kommen die... Wurmfresser? Wann kommen die... Brainworm-Snacker? Wann kommen denn die Brainworm-Snacker? Ich weiß nicht, ob ich auf diesen Schalter draufdrücken will. Äh. Ja, will ich. Nein. Okay. Okay. Nochmal. Ich wusste jetzt echt nicht, ob ich auf diesen Schalter draufdrücken möchte. Aber, ja. Möchte ich. Zack. Oh Gott. Stellt euch diese Schmerzen mal vor. Oh mein Gott. Normalerweise müsste der Brainworm ja weg sein, ne? Das ist die Hauptsache. So. Jetzt langsam. Langsam. Kennt ihr das, wenn man lachend in eine Kreissäge reinläuft? Ha, 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 pfff. Äh. So. Einfach nochmal. Einfach nochmal. Kling. Oh, langsam. Ich glaub, das reicht nicht. Das hätte gereicht. Das tat zwar ein bisschen weh, aber es hätte gereicht. Ich stell mich aber auch an... Äh. Dass man schwarz-weiß doch noch so viele Effekte einfügen kann. Okay, das lehrt uns ja der Film Psycho. Psycho. So, also ich will auf die Kiste rauf. Will über die Säge springen. Dann will ich mich beeilen, weil sie wieder zurückkommt. Und dann will ich... Brainworm snacken lassen. Will ich dann da runter? Nein, will ich nicht. Ich will die ganze Scheiße nochmal machen. Oder auch nicht. Das ist gut. Ähm. Langsam, langsam. Und jetzt. Ah, sehr schön. Das ist schon ein bisschen laut. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder, Säge. So. Ja, ich sie jetzt. Okay. Schwung holen. Schwung holen. Und noch mal Schwung holen. Und... Jetzt könnte es reichen. Ah, ja. Oh. Ich nehme doch mal... Stark an, dass das so richtig war. So. Ja, okay. Anders wären wir da nicht rübergekommen. Tatsache. Sehr schön. Oh, in diesem Part sind wir echt nicht weit gekommen, ne? Na ja. Ist okay. Moment, da war eine Kiste, soweit ich mich erinnere. Die will ich jetzt erstmal mitnehmen. Weil wir ja ein bisschen dazugelernt haben. Ist da hinten dran ein Achievement? Nö. Da ist nichts. Okay. Ich will die irgendwie mitnehmen. Moment mal. Ist das... Das ist... Moment. Da oben links ist ein Seil. Ich will an die... Moment, ich will an das Seil ran. Ah, guck mal. Das können wir auch ziehen. Ah, das kann man bestimmt bis da drauf ziehen. So. Ah, okay. Okay. Ich sehe es schon. Ich brauche die Kiste. Wenn ich da hoch will. Ich will wissen, was da oben ist. Ähm. So. So. Nein. So. So. Äh. So. Nein. Da. Da. Beine gebrochen. Wahrscheinlich nicht nur die Beine. Wahrscheinlich das ganze Genick. Ich will da hoch. Ich will definitiv da hoch. Ich will wissen, was da ist. So. Dann mal nach oben. Ich muss eher auf die andere Seite. Okay. Jetzt kann ich. So. Dann will ich wieder die Kiste dahin schieben. Das Ding nach unten. Komm. Mach mal ein bisschen schneller hier. Wir haben noch keine Zeit, Leute. So. Und nochmal. So. Ich will allerdings auch nicht Nein. zerquetscht werden. Wie knapp muss das denn sein? Boah. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm gerade. Warte. So. Nochmal. Einmal versuche ich es noch. Schieb. Schieb. Äh. Zieh. 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 Zack. So. Böse Kiste. Böse Kiste. Böse Kiste. So. Einmal hier rüber. Können wir gleich wieder nach unten machen. Auf dem Weg. Weg. So. Was geht denn überhaupt hier hinten? Ich höre was. Oh. Du sadistisches kleines Arschloch-Spiel. So. Ich brauche tatsächlich die Kiste. Und die kriege ich ja nicht da hoch. So. So. Einmal versuche ich es noch. Jetzt. Oh. Da ist was rausgefallen. Moment mal. So. So. Halt. Nein. Nein. Noch nicht. Noch nicht. He he. Oh. Das ist sehr schön. Na gut. Dann machen wir halt diesen Part ausnahmsweise ein bisschen länger. So. 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 Ach halt. Er ist auf dem Weg nach unten. Nein. Jetzt. Okay. Kiste runter. Zunächst. drauflegen. Kiste wieder hoch. Und es funktioniert. Oh. Oh. Es funktioniert. So. Und hier machen wir im nächsten Part weiter. Tschö. 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 Sagt euer Mr. Mr. Night Fox. Tschö. D, Tschö. D, 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 D,